Moon Chosen. Gefährten einer neuen Welt. Von PCCast. Es liest Marie Bierstedt. Seite an Seite überstiegen Leda und Marie den felsigen Hügelrücken und schauten auf den Versammlungsplatz hinab. Auf den ersten Blick unterschiet er sich nicht von anderen Lichtungen in dem feuchten Wald. Übersät mit Weiden und Weißdorn, Stechpalmen und Farn und dazwischen wand sich ein kleiner Bach dahin. Er und die sanft raschelnden Zweige der Bäume und Büsche zogen das Auge des Betrachters sofort auf sich, und zwar mit Absicht. Man musste schon sehr genau hinsehen, um das Gemüse zu bemerken, das ihr dank der Pflege der Clansfrauen gedieh. Danke, Erdmutter, sagte Leda, als stände die Göttin ebenso neben ihr wie ihre Tochter. Danke, dass du deine Erdwanderer mit der Gabe gesegnet hast, deinem fruchtbaren Schoß Leben zu entlocken. Auch Marie atmete tief durch und lächelte Leda zu. Ich kann das Lavendelöl schon riechen, sagte sie. Leda nickte. Der Versammlungsplatz scheint gut vorbereitet zu sein. Heute Nacht wird uns keine Wolfsspinne stören. Sie wies auf die überall verteilten Lagerfeuer. Die Flammenstäbe sind auch bereit, falls durch die vielen Menschen ein Schabenschwarm angezogen wird. Ich hoffe, der Grünkohl ist bald erntereif, sagte Marie, während sie den Abstieg begannen. Ich kann schon fast schmecken, wie köstlich er mit unseren eingelegten Kapern sein wird. Da kam ein Wirbelwind herangeschossen und warf sich in ihre Arme. Marie, Marie, schön, dass du da bist. Das heißt, dir geht es gut? Marie lächelte das jüngere Mädchen an. Ja, Jenna, ich freue mich auch hier zu sein. Sie berührte die kunstvoll aus Lavendel und Efeu gewobene Jungfernmondkrone auf Jennas Kopf. Deine Krone ist aber hübsch. Hat dein Vater sie gemacht? Jenna kicherte, was sie eher wie sechs als sechzehn wirken ließ. Vater? Quatsch, mit seinen Wurstfingern? Ich habe sie selbst gemacht. Wirklich schön, Jenna, bemerkte Leda und lächelte der Freundin ihrer Tochter zu. Du hast Talent. Jenna strahlte. Danke, Mondfrau. Formell verneigte sie sich vor Leda. Ach, Jenna, lass die Formalitäten. Es ist doch nur Mama, sagte Marie. Die Mondfrau. Unsere Mondfrau ist da. Hörte man eine kräftige Männerstimme vom Versammlungsplatz rufen. Leda erwiderte die Begrüßung mit einem fröhlichen Winken. Wie immer sieht dein Vater mich zuerst. Vater wird dich immer zuerst sehen und sich als Erster von dir reinigen lassen, weil er mich so sehr liebt, sagte Jenna stolz. Marie lächelte ihrer Freundin zu. Sender ist ein toller Vater. Innerlich aber dachte sie, ein Glück, dass er Mama zuverlässig jede Drittnacht aufsucht. Sonst wäre Jenna schlimmer dran als eine Weise. Sie würde von einem Monster aufgezogen. Unsere Mondfrau ist da. Entzündet die Fackeln. Macht euch bereit, nahmen die Clansfrauen den Ruf auf. Es entstand ein Halbkreis, um die Mondfrau des Clans zu empfangen. Ganz innen die ältesten Frauen, dann Mütter mit ihren Kindern, dann die jungen Mädchen mit ihren farbenfrohen Kränzen und zuletzt die Männer, die sich schützend mit Fackeln in der Hand am Rand der Lichtung aufstellten. Marie konnte ihre raubtierhafte Anwesenheit fühlen. Seit sie als kleines Mädchen begriffen hatte, was das Nachtfieber den Clansleuten antat, »Welch tödliche Melancholie es in den Frauen auslöste und welch gefährlichen Wahnsinn in den Männern«, behielt sie die Männer stets wachsam im Auge, vor allem sobald die Sonne unterging. »Starr sie nicht an«, flüsterte ihre Mutter ihr zu, »es ist Drittnacht, wir werden sie reinigen und alles wird gut sein.« Marie nickte unbehaglich. »Geh du voraus, Jenna und ich folgen dir.« Lida machte einen Schritt, dann hielt sie inne und streckte Marie die Hand hin. »Nicht hinter mir. Komm neben mich, wo alle dich sehen können.« Lida drückte die Hand ihrer Tochter und schritt zuversichtlich voran, den Kopf erhoben, die Schultern gestrafft, ein strahlendes Lächeln auf den Lippen. »Meine Tochter und ich grüßen euch, Weber-Clan. Möge die Fülle des Frühlingsmonds sich für euch verdreifachen.« Marie hob das Kinn. Sie versuchte, den Blick auf niemanden im Besonderen zu richten, doch unweigerlich wurde er von einem weiteren Paar grauer Augen angezogen, nicht silbergrau wie ihre eigenen und die ihrer Mutter, sondern heller, mit einem Hauch Stahl darin. Bemerkenswerte Augen, deren Besitzerin unbestreitbar eine Mondfrau unter ihren Ahnenen hatte. »Sei gegrüßt, Mondfrau«, sagte das Mädchen. »Ich wusste nicht, dass du heute Abend deine möglichen Lehrlinge um dich versammeln wolltest.« Lida lächelte sie freundlich an. »Hallo, Zora. In der Tat war das eher eine spontane Bekundung von Stolz auf meine Tochter. Sie hob für alle sichtbar die Hand, mit der sie Marys hielt. Und dieser Stolz rührt teilweise daher, dass ihre grauen Augen sie als möglichen Lehrling ausweisen.« »Wie meine auch«, sagte Zora. Marie unterdrückte einen verärgerten Seufzer und kam der Antwort ihrer Mutter zuvor. »So wie du ständig mit den Wimpern klimperst und unter gesenkten Lidern die Männer anschielst, kann sich doch keiner mehr erinnern, welche Farbe deine Augen haben.« »Seifersucht macht hässlich, Marie«, gab Zora zurück. »Unter Clansfrauen wird nicht gestritten«, sagte Lida scharf. Zora und Marie warfen einander einen Blick voller kaum verholener Abneigung zu. Dann neigten sie respektvoll die Köpfe vor der Mondfrau. Diese rief mit erhobener Stimme, »Alle Mädchen mit grauen Augen, bitte tretet vor eure Mondfrau.« In der Menge entstand eine kleine Welle. Ein jüngeres Mädchen löste sich daraus. »Marie?«, sagte Lida leise. Marie lächelte ihrer Mutter zu und hielt dem Mädchen die freie Hand hin. »Hallo, Danita!« Die Jüngere lächelte scheu, trat unter nervösen Blicken auf Lida neben Marie und nahm deren Hand. Da bemerkte Marie dicht vor sich einen hellen Schimmer und erkannte mit Schrecken, dass ihr Mantelärmel zurückgerutscht war und das Licht eines einzelnen späten Sonnenstrahls auf ihren ausgestreckten Unterarm fiel. Unter der Lehmschicht leuchteten die filigranen Konturen eines Farnwedels. Hastig riss Marie ihre andere Hand von der ihrer Mutter los, zog den Mantelärmel über das Leuchten und schlang sich die vermummten Arme um den Leib. Ebenso schnell trat Lida zwischen sie und den Clan, um sie vor dessen Blicken zu schützen. »Was ist, mein süßes Mädchen?« »Ich... ich hab nur wieder Bauchkrämpfe.« Lida bemühte sich sichtlich, ihre Enttäuschung zu verbergen, aber ihr schweres Lächeln vertrieb nicht die Traurigkeit aus ihrem Blick. »Jenna«, sagte sie, »könntest du Marie zum Kochfeuer bringen und eine der Mütter bitten, ihr einen Kamillentee zu brauen?« »Anscheinend geht es ihr nicht so gut, wie wir hofften.« »Klar, Lida, keine Sorge, ich passe auf Marie auf.« Jenna hakte sich bei Marie unter und zog sie in die Menge. Marie sah noch wie Danita, ein anderes graueugiges Mädchen, und dann noch eines sich wie Sora neben ihre Mutter stellten. »Sei nicht traurig«, flüsterte Jenna und zeigte auf einen Baumstamm. »Setz dich hin und roh dich aus. Ich hol dir den Tee, bin gleich zurück.« »Danke«, sagte Marie und ließ sich nieder, während Jenna davonflitzte. Sie spürte die mitleidigen Blicke der Clansfrauen auf sich und setzte mit Mühe die ausdruckslose Miene auf, mit der sie dem Clan stets begegnete, ohne je zu zeigen, wie sehr es sie schmerzte, abseits zu leben, ihnen etwas vorzumachen. Sie sah zu, wie ihre Mutter in die Mitte des Versammlungsplatzes schritt und vor der Statue anhielt, die den Ort schmückte. »Ich grüße dich in Liebe, Dankbarkeit und Ehrfurcht, ehrt Mutter, wie der Clan mich selbst gegrüßt hat, deine Mondfrau und Dienerin«, sprach Leda respektvoll. Dann richtete sie sich auf und wandte sich der wartenden Menge zu. »Männer des Weber-Clans, tretet vor mich!« Während die Männer sich um Leda versammelten, kehrte Jenna zu Marie zurück, reichte ihr einen hölzernen Becher voll duftenden Kamillentees und setzte sich neben sie auf den Baumstamm. »Oh, schau, da ist Vater!« Sie lächelte und winkte. Der breitschultrige Mann, der die Männer anführte, antwortete mit einem Nicken. Seine Züge waren qualvoll gespannt, und in seinen zusammengekniffenen Augen schwelte der Zorn, der mit jedem Sonnenuntergang in ihm aufstieg. Ein Zorn, der überfließen würde, ließe er sich nicht mindestens alle drei Nächte von seiner Mondfrau vom Nachtfieber reinwaschen. Gemeinsam mit den anderen Männern des Clans sang Xander for Leda auf die Knie, während am westlichen Horizont die Sonne endgültig unterging. Marie sah, wie ihre Mutter die Arme hob, als wollte sie den Mond ergreifen, der für den Rest des Clans noch nicht sichtbar war, den eine Mondfrau jedoch stets finden und herabrufen konnte, sobald die Sonne aus dem Firmament geschwunden war. Der graue Schimmer, der sich auf Leda's Arme gelegt hatte, wurde schwächer und verschwand dann ganz. Mit strahlendem Lächeln legte Marys Mutter den Kopf in den Nacken und bot Gesicht und Arme dem dunkler werdenden Himmel dar. Ihr Atem wurde tief und regelmäßig. Marie ließ den Blick über den Halbkreis der Clans Leute schweifen und zählte sie, um ihrer Mutter zu helfen, dies richtig in ihren Aufzeichnungen zu vermerken, wenn sie nach Hause zurückkehrten. Als ihr Blick auf Sora fiel, runzelte sie die Stirn. Das gibt's doch nicht, schäumte sie innerlich. Statt zu beten oder Leder zu beobachten, wie es einem möglichen Mondfrauenlehrling angestanden hätte, lächelte Sora einen der jungen Männer zu, die vor Leder knieten. Marie reckte den Hals und erkannte, dass auch der junge Mann, den sie als Jackson erkannte, verstohlene Blicke mit Sora wechselte. Da ertönte in das Schweigen des Clans hinein die Stimme ihrer Mutter, ihrer zauberhaften, lieblichen Mondfrauenmutter. Als Mondfrau, die dir folgt und an dich glaubt, senke ich vor dir mein bares Haupt. Mutter, von der meine Gaben sind, leihe Kraft auch heute deinem Kind. Dein Silberlicht erfülle mich mit Leben und heile die in meine Hut gegeben. Während Leder die Beschwörung rezitierte, begann ihr Körper von innen heraus zu glühen, im Silberglanz der eisigen Kraft des Mondes. »Gewähre mir, was seit Geburt mein Erbe, mein Reichtum und mein Schicksal, bis ich sterbe!« sprach Leder die Schlussworte, mit denen sie aus dem Himmel die unsichtbaren Ströme der Macht in sich herabrief, die nur einer Mondfrau gehorchten. Dann begann sie, von Mann zu Mann zu gehen, legte die Hände auf jeder aufwärtsgekehrte Stirn. Selbst hier, wo sie saß, konnte Marie die erleichterten Seufzer der Männer vernehmen, die von der Qual und Wut des Nachtfiebers gereinigt wurden. Neben sich spürte Marie, wie ein Zittern Jenners zarten Leib durchlief und erinnerte sich, dass ja auch sie eine Rolle zu spielen hatte. Sie trank ihren Tee aus und schlang die Arme um sich, tat, als spürte sie einen Schmerz, der nie dagewesen war. »Das wird schon, Marie. Sie ist fast fertig mit den Männern«, sagte Jenna. Marie öffnete den Mund, um Jennas Besorgnis zu zerstreuen, aber stattdessen klappte sie ihn wieder zu und knirschte vor Ärger mit den Zähnen, als sie sah, wie Sora jedem der frisch gereinigten Clans Männer kokett zulächelte, ehe diese sich wieder auf ihre Wachtposten rund um den Versammlungsplatz begaben. Jenna folgte ihrem Blick und schnaubte unfein. »Es ist die schamlos. Ich frag mich, warum Leda ihr kein Rüffel gibt.« Marie erwiderte nichts. Sie befürchtete zu wissen, warum ihre Mama Sora nicht für ihre Unverschämtheiten rügte. »Weil die Mondfrau sich endlich eine Nachfolgerin suchen und offiziell als Lehrling annehmen muss. Und diese Nachfolgerin darf keine Abnormität sein, deren Haut im Sonnenlicht zu glühen anfängt.« So arrogant und unerträglich Sora war, sie war im Clan beliebt und offenbar fest entschlossen, die nächste Mondfrau zu werden. Da kam Leda auf Marie und Jenna zu. Wie alle anderen Clans Frauen hob Jenna den Kopf. Leda legte ihr die Hände auf den Scheitel über die feingewobene Jungfernmondkrone. Ihre Worte galten dem Clan, aber ihr Blick ruhte auf Marie. »Ich wasche dich rein von aller Traurigkeit und schenke dir die Liebe unserer Erdmutter.« Im Chor mit dem Clan murmelte Marie. »Danke, Mondfrau.« Heimlich lächelte sie ihrer Mutter zu. Leda berührte den Kopf ihrer Tochter, beugte sich rasch über diese und küsste sie auf die Stirn, ehe sie sich der nächsten Gruppe wartender Frauen zuwandte. Marie sehnte sich danach, sich ihrer Mutter anzuschließen, dem Clan zu zeigen, dass sie nicht kränklich war, dass sie der Mondfrau eine Hilfe seien, ja, eines Tages möglicherweise selbst zu dieser werden konnte. »Bleib du mal lieber sitzen. Wir wollen doch nicht, dass deine Bauchschmerzen wiederkommen.« Marie sah auf, genau in Soras Gesicht. Wie gern wäre sie aufgesprungen und hätte laut verkündet, dass sie gar keine Bauchschmerzen hatte.